wie bist du da raufgekommen oder wo bist du da raufgekommen ich bin hoch an den Sonnenbassern und ich hab mich mal so weit so richtig Prozent die Geilerscheidung genau ich bin natürlich auch was zuerst mein Freund ich verliere Herzen ich verliere Herzen ich werde gleich sterben weißt du wo ich bin welcher Willen hallo ja ein bisschen unterliegt ja auch trotzdem verglich das ganze Zeug wird in Lava fallen und ähnliches wenn du mir nicht demnächst Stinsel hier unter dir ja ein Schnitzel oder ein einziges so gütige wo zwei ich habe nicht viel gebraucht Gott mal 8 Homes im Büro gewählt wollen wir hier raus oder äh nee ich grabe einfach nur zum Spaß Tschüss vielleicht fällt es runter oder? ne doch 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 fällt es fällt es fällt es fällt es Noob ah uuu das war ja nur Heiz Boば photos vielleicht overlap Wer sind wir denn? 48? Na egal. Hör mal auf meiner Seite die Fackeln zu sehen. Scheiße, Scheiße, Scheiße! Nein! Na okay, du findest das Zeug, wenn du die einfach weiter hochbuddelst. Ist ja nicht so schlimm. Kann man ja nochmal verzeihen. Okay, ich krieg nicht alles. Ja, so ziemlich. Ein paar Sachen wirst du ja bekommen. Wir bräuchten demnächst mal betten. Wer auch. Ich nehm auf jeden Fall die Knochen mit, gell? Ja, die hab ich. Wie viel haben wir jetzt da? Knochen? So viele wie in deinem kleinen Finger drin sind. Hm? So viele wie in deinem kleinen Finger drin sind. Ach, äh, 8. Aber ich hab 15 mal gehabt. Also schon weg. Gratulation, Max. Gratulation. Weißt du, ich hab' schon Döner gegessen. Hast du sogar Urkunden, die beim Arzt gekriegt? Hm, was? Hast du beim Arzt ein Lolli gekriegt? Ja, gestern. Oder eine Tapfenkeitsmedaille. Ja, ich musste unendliche Qualen da überstehen, ey. Dann haben sie 15 Liter Blut abgenommen. Wurden natürlich danach erstmal ohnmächtig. Ja, ohnmächtig. 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 Und dann hab ich erstmal gesagt, wenn sie mich jetzt nicht rauslassen, fick ich sie. Na, hab ich sie gesagt, okay, du. Na, hab ich sie mir ne rausklaß, hab ich sie ge-fickt. Ja, so war's halt. Ja, ja. Soll man da mehr dazu sagen? Ich wüsste jetzt endlich mal oben? Ja, ich mach das ganz so, wenn ich mich auch nicht in der Walls, in der Wall suffocated. suffocated. Ahhhh. Suffocated in the Wall. Ahhhhh, suffocated in the Wall. Herz. Herz. Herz in der Wand stehen geblieben. Ahhhhh. Das ist der betste Witz, den ich je gehört habe. Tü-dü-dü. Ja, wo bist du jetzt? Besonders oben, oder noch nicht? Es gibt mir Zeit, von dem Creeper wegzurennen, der mich gerade wahrscheinlich verfolgt. Ich geh mal auf diesen Berg. Ich mein hoher Berg. Ja, ich geh auf den Berg und trinke. Ja, du hast aber gesagt. Bei welcher Höhe ist man oben? Oh, du bist doch schon fast oben. Oben. Ich seh da sogar noch deinen Namen. Guck mal nach oben, bin ich irgendwo. Doch, da bestimmt. Du brauchst doch nur so 10 Blöcke, schätze ich. Aber die kommen irgendwie Kies oder so. Ja, jetzt bis zu. Und, äh, diesem Block. Ja, genau. Ich glaubte mit einem Block, schon mal entgegen. Da kommt Leider und wahrscheinlich ein Bildgeräusch, weil der ist nicht. Ein Block. Ein Block. Ein Block. Ein Block. Achso, aus Kohle oder was? Ja. Hallo. Chris Stars. Wenn ihr denn mal in einem Block, bitte ich mal in einem Block. Gebt mir eure Sachen. Oh Mann. Ja, das ist schon Wolf hier. Das ist schon Wolf. Such dir eine Farbe aus. Blau, Gelb, Rot oder Orange. Welche Farbe willst du dann seinem Hals geben? Blau. So. Naja, Blau, Gelb oder Orange. Welche Farbe? Hm. Probieren wir mal Blau. Also ich geb dir das und das. Du hast ja schon Blau. Müsstest du eigentlich haben. Blau, wo hast du die? Achso, Löwenzahn, Gelb und... Oh, wie hast du das Orange gekriegt? Ja, Rot und Gelb. Ah, gemischt. V-talent. Hast du kein Blau mehr, oder wie? Was sieht immer schön aus? Lapis? Ja. Doch, doch. Gut, könnte ich dann den Rest durch den Knochen haben, wenn noch wäre da sind. Sie... Ich hab den mit einem Knochen gezähmt. Ja, könnte ich mal ein paar Knochen haben, da hinten ist noch mal. Warte, kürzlich. Blau. Blau sieht auch gut aus. Gibt's auch halb Blau? Hellblau gibt's auch. Oh, ich seh den Texture Packpack. Cool, die können alle mit einem, mit einem Drücker. Ja, jetzt könnte ich jetzt auch mal ein bisschen Knochen haben. Ah, ja. Ja. Jetzt rennt ich weg und verschwinde ich alle Knochen mit. Oh, ich hab keine mehr gehabt. Oh Gott, ich hab auch keine Hunde mehr. Hey, jetzt hab ich... Jetzt gib her. Alle Knochen. Alle. Okay. Gibst du her oder ich töd dich? Kannst du hier herlaufen dann. Warum... Was soll das? Das sind alle. Du Scheißköter! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Du hast dich voll, du hast es voll. Boah, was soll der Scheiß? Aber er hat sieben Knochen verspät. Lass da rein. Warum greifen die mich auch an? Weil du so eine Freunde getötet. Was... Will auch mal bitte. Will auch mal. Was bringt das? Dann greifen sie die... Oh, ich würde das mal. So, brav. Mit Steak, du Scheiß... Verschwendei. Oh, das hat sie ja erst recht geil auf dich gemacht. Scheiße. Egal, die werden sich schon wieder beruhigen. Komm mit, Wufis. Oh, man. Lass sie dich einmal töten. Lass sie das Vergnügen haben. Ja, und jetzt parse mal. Fütter du sie mal. Parse mal. Warte, warte. Kann ich sie füttern überhaupt? Oh, lol. Warte, lass mal aufstehen. Lass mal aufstehen. Lass mal aufstehen. Jetzt den zweiten auch. Ich kann nicht aufstehen. Der steht doch schon. Jetzt lass den da aufstehen. Der steht doch schon. Jetzt greift er mich an. Ich hab ihn doch gefüttert. Ist doch Herzen über deinem Kopf. Warum magst du mich nicht? Jetzt hast du dieses Zombie vielleicht auch verschlimmelt. Ja, jetzt lass sie mich töten. Und wenn sie mich danach immer noch angreifen, würde ich sie töten. Du hast alles Steak. Jetzt deinen scheiß Hunden gegeben. Nein, zwei hab ich nicht. Ich werde dich so definitiv irgendwann töten. Wenn wir genug Blöcke von deinem scheiß Hund weg sind. Äh. Red Zombie. Red Zombie. Du wirst mal aufhören, die ganzen Farben zu verschwenden. Oh, der andere muss dich auch nochmal töten. Hör auf. Hör auf, Max. Du steht auf dem Mund. Ich bring sie um. Nein, nein. Lass den, den lässt du ihn holen. Den blauen lässt du ihn holen. Der greift dich nicht mehr an. Der lässt dich in Ruhe. Hör mal auf, die ganzen Hunde die ganze Zeit zu färben. Ich kick dich raus. Komm, töte ihn. Einmal noch. Ich will mich doch gar nicht töten. Okay. Baut mal ein Haus. Ähm, wo ist der Spawn? Weiß ich doch nicht. Das ist mir scheißegal. Das ist mir scheißegal. Und da kommt noch ein Hund, aber der ist nicht mehr aggressiv auf mich. So, weh du lässt dich nicht zähmen, wenn heute Nacht ich noch ein paar... Oh, ne fliegende Insel. Wenn ich Knochen finde, ey. Wenn ich Knochen finde, dann steck ich dir ins Maulhund. Hm, okay. Hm, wir sind nicht weit weg. Meine Fresse, der Spawn ist in die Richtung zum Dschungel hin. Wieso willst du zum Spawn? Äh, da möchte man doch mal sterben, was so oft vorkommen wird. Wenn wir mal Betten haben, irgendwann mal. Ich würd auch gerne mal ein paar Sachen wieder zurück haben. Wenn du nicht schon wieder wegläufst, ey. Ich bin doch weggegangen. Jetzt ist der AFK dieser Dreckige, müsste ich sagen. Ja, wo bist du jetzt? Dreck, sag jetzt gib mir irgend... gib mir Sachen. Oder ich muss deine Hunde schlagen. Echt enttäuschend, Leute. Echt enttäuschend. Ich bin echt enttäuscht von dir. Ja, das reicht's. Ich sammle das nicht auf. Ist okay. Oh mein Gott. Oh, da liegt ein Ei auf dem Baum. Marco, dein Ei lag da auf dem Baum. Kannst du mir das bitte mal erklären? Oha, hohohohohohohoho. Oh, Schafe. Schafe und Kühe. Lass, schlagste nicht, sonst... Und deine Hunde gleich wieder bangt. Pff. Okay. Das ist eine Insel, die kann man ausleuchten dann. Nein, ich will nicht so einen Sumpf-Sumpfigen. Äh, eben nicht. Boah, ich hätte einen scheiß Hund fast geschlagen. Na, okay, doch von mir aus. Wir können auch weiterziehen. Das ist mehr Wurst. Da müssen wir halt alle Tiere hier töten und dann weiterziehen. Hast du noch zwei Eisen für... ...ne Schere? Hast du noch Eisen? Hm? Hast du noch Eisen? Hm? Hm, hm. Hast du noch Eisenerz? Hm. Muss ich das hier brennen? Hm? 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 Hm, hm. So, lass mal Schere machen. Oh, es wird bald Nacht. Max? Hm? Komm mal hin. Hast den gleich. Was ist denn? Hinter dir. Die Hunde oder was? Hm, hm. Komm mal zu mir. Ja, weiß ich selbst. Hm, hm. 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 Da ist doch ein Schaf, Idiot. Boah, wie dumm bist du eigentlich? Ja, hier ist doch ein Schaf. Boah, und in Wien. Ja, hier ist doch ein Schaf. Wie dumm bist du eigentlich. Boah, und in Wien, wie ein Wien, wie ein Tacker. Wie ne Schere, zick zick. Ich hab ne Schere, du nicht. Ich hab ne Helm, du nicht. Jetzt gib mir bitte mal eine Wolle.